Ich grüße euch auf der nächsten Suche nach Wegen in die Unterwelt. Ich bin heute ausnahmsweise mal wieder allein unterwegs und habe mir für heute genau zwei Höhlen vorgenommen. Aber anders als sonst werde ich den Weg dahin heute nicht nur komplett per Fuß bestreiten, sondern auf dem Wasser. So, das Gefährt ist bereit, um in den See zu stechen. Schauen wir mal, wie weit es uns bringt. So, wenn ich jetzt ins Wasser falle, dann wird es in eine nasse Höhe ein Tor. So, die Strecke, die wir jetzt fahren müssen, ist gar nicht so weit. Ich glaube, wir müssen nur einen Kilometer oder eineinhalb ungefähr paddeln. Aber so kommt auch mal ein bisschen Abwechslung in die Wandertouren. Und bei der Sonne gibt es auch nichts schöneres. Absoluter Gegenwind. Kann man ja schon fast gegen die Strömung fahren hier. Jetzt aber los. Ich habe direkt Bock, mal eine längere Tour mit dem Sub zu machen. Cool wäre ja wirklich durch die ganze Sächsische Schweiz von der tschechischen Grenze an und dann bis Dresden durch. Ich glaube, das sind so ungefähr 50 Kilometer. Tja, wie lange wird man da brauchen? Auf jeden Fall einen halben Tag, denke ich. So, hier muss ich dann auch langsam schon raus. Denn irgendwo hier oben befinden sich die zwei Höhlen, die ich suche. Ich habe mal wieder eine super Glanzleistung verbracht. Ich bin an einem echt bescheidenen Platz ausgestiegen. Denn eigentlich muss ich da hoch. Aber hier ist alles voll mit Brennensinn. Jetzt suche ich irgendwo einen Weg, wo ich abbiegen kann. Oh, ich habe es geschafft. Ein Weg. Ja. So, der Nachteil an der ganzen Sache ist natürlich, dass ich jetzt den schwersten Wanderrucksack aller Zeiten habe. Aber das soll mich nicht daran hindern, auf allen Vieren durch Höhen zu krabbeln. Mir ist ganz leicht warm, aber ich glaube, ich bin an der ersten Höhle angekommen. Beziehungsweise muss ich den Eingang hier irgendwo befinden. Los geht's. Boah, ich bin gerade nasser als vorhin, als ich auf dem Wasser war. So, ich kann mich natürlich irren. Aber für mich sieht das wie ein Eingang aus. Okay, das war es schon mal nicht. Da geht es ungefähr drei, vier Meter rein. Und dann ist noch ein winziges Loch, in dem ich vielleicht gerade mal meinen Kopf stecken kann. Mann, ich finde die Höhle nicht. Eigentlich habe ich mir für heute ja sogar drei Höhlen vorgenommen. Aber ich weiß nicht, warum ich das auf zwei reduziert habe. Weil ich wieder nur am Suchen bin, seit einer halben Stunde. Höhle piept einmal. Die soll irgendwo unter einem Klettergipfel sein. Ich habe noch eine Möglichkeit entdeckt. Mal schauen, ob das was ist. Tja, nächste Möglichkeit wäre irgendwo da. Ach, ich bin mir so unsicher. Ich gucke einfach mal, was Steve zu sagen hat. Ich musste erst so zwei Kilometer hochkraxeln, so in so einem kurzen kleinen Felsen. Und das ist schon wie so ein Eingang dort oben. Also da kannst du dann einfach reingehen. Einfach reingehen, sagt er. Weiß nicht, am Ende war ich dort vorhin doch richtig. Aber das war viel zu eng. Das kann gar nicht sein. Um hier hinzukommen, müsste ich halt jetzt so hier so runterklettern und da rüberspringen. Obwohl, ich sehe da hinten was. Ich sehe da hinten was. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber da steht eine Kiste. Eigentlich sollte hier kein Buch sein, so weit ich weiß. Aber irgendwas ist da und das ist eigentlich schon das Zeichen. Ach, ich glaube, ich muss hier nochmal runter. Das kann doch nicht sein. Wir gehen jetzt hier nochmal zusammen rein. Und wenn wir hier nicht durchkommen, dann versuche ich hier hoch zu klettern und dann da hinter zu laufen. Nee, niemals. Ach, so ein Quatsch. Niemals geht es hier lang. Aber wahrscheinlich wirklich oben drüber. Auf jeden Fall sieht es hier schon mal hübsch aus. Von daher hat es sich ja schon mal gelohnt. Aber hier sieht es halt wirklich so aus, als würde es da rauskommen. Aber das war viel zu eng. Das ist das, was ich gesehen habe. Ein Kochtopf. Jetzt springt eine Rade raus. Nichts drin. Aber hier ist auf jeden Fall eine große Bofe. Sieht schon sehr schön aus hier. Sehr, sehr hübsch. Bin mir absolut nicht sicher, ob es das jetzt sein soll. Weil eine Hüte war das für mich jetzt nicht. Ah, na guck dir doch mal einer an. Das sieht doch schon anders aus. Ziemlich langer und hoher Kamin. Schauen wir doch mal rein. Oha. Ja, hallo. Du schöner. Ist auch ein bisschen gruselig aus. Da oben läuft das Wasser an der Decke. Und hier geht es dann weiter. Ne, Quatsch. Aber wahrscheinlich soll es das sein. Ist sehr hübsch. Gefällt mir gut. Aber ist halt das natürlich nicht so spektakulär. So, hier habe ich auch noch irgendwas entdeckt. Mal schauen, was hier drin ist. Bestimmt Erste-Hilfe-Zeug. Oho. Hier ist ein Buch. Hier ist ein Buch, Leute. Ein Buch. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Hey, ja, mega. Oh, klitschnass. So ein Mist. Im letzten Video habe ich ja gesagt, ich nehme mal Ersatzzeug mit, um die Bücher hier und alles aufzufüllen. Und Tüten. Aber heute bin ich davon ausgegangen, dass heute gar keine Bücher kommen. Ah, mega. 31.12.22. Luise. Prosit Neuer. Na da. Das waren die letzten scheinbar. Das letzte Mal war im Dezember jemand hier. Ja. Toller Stift. Ich muss wirklich Ersatzstifte mitbringen. Und Bücher. Und Tüten. So, heute ist der 16. Ja, perfekt. Perfekt. Och, nee. Kann man doch eine Tüte drum machen oder irgendwas. Der Stift schreibt natürlich auch nicht. Naja. Das heißt dann wohl, ich muss nochmal wiederkommen. Gibt's ja wohl nicht. Schweinerei. Mann. So. Das war's jetzt hier. Ab in die nächste. Ja, die Höhle selbst ist übrigens als S2 eingestuft. Obwohl es nur ein großer Raum ist. Aber ich denke, das Ganze liegt natürlich daran, dass man hier erstmal eine runde Kraxeln muss, um hineinzukommen. Hier ist alles voller Sand. Das könnte theoretisch auch schon der nächste Eingang sein. Das Ganze soll wieder eine S2-Höhle sein. Hier wird's am Anfang auch schon direkt eng. Okay, da geht's ganz schön weit hoch. Ich glaube, ich bin ein bisschen falsch rumdrin. Das ist aber jetzt enger, als ich gedacht habe. Aber gut, ist halt auch eine S2. So macht's ja auch mehr Spaß, ne? Schön, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Schön. Das gefällt mir gut. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. So, unter mir geht's knapp vier Meter runter. Jetzt scheint da ein Loch zu sein. Und ich glaube, dann geht's da rüber. Ah, oder es geht hier lang. Und jetzt geht's noch da rüber und dann schauen wir mal, wie es dort aussieht. Also diese Hülle ist auf jeden Fall so recht als S2 eingestuft. Das war jetzt hier schon relativ knifflig und schwer hochzuklettern. Vor allem, da der Spalt hier schon recht eng ist, muss ich sagen. Aber dafür habe ich jetzt hier einen wunderschönen kleinen Balkon. auf dem ich ein bisschen entspannen kann. So, das waren heute mal ein paar kleinere Höhen als sonst. Aber auch die sind es wert, befahren zu werden. Und ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch trotzdem gefallen. Wie gehabt, wird es hier jeden Sonntag 10 Uhr ein Video dazu geben. Wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert doch gern den Kanal, lasst doch einen Kommentar da und kommt beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios. Dockerfut. Hm. Ja. Ja, ja. Wie auch HOW immigration